Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den dieswöchigen Goldhoofs News. Kurz und knackig möchte ich als erstes unser neues Mitglied, die Luciana Wolfbridge, begrüßen und direkt die nächsten fünf nennen, die sich für kommenden Sonntag bereithalten können. Und zwar sind das diese Woche die Stephanie Mystery Lake, die Hannah Mountain Daughter, die Daisy Mystery Nest, die Violetta Bunnyburg und die Emma Fogyard. Ja, das sind die fünf, die ich diese Woche gerne einladen würde. Alle anderen müssen sich leider noch gedulden, die Warteliste ist auch nach wie vor gesperrt. Und ja, im Endeffekt war es das schon von den Goldhoofs News, wie angekündigt. Kurz und knackig, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.